Wie in alten Tagen. Seniorinnen stricken aus alter Wolle neue Socken. Ein neuer Modetrend ward geboren und er interessiert auch junge Designerinnen und Designer. Die Socks from Grandma verkaufen sich gut auf Bauern- oder Designer- und Designerinnen-Märkten, bei kulturellen Events oder über Online-Shops von Modefirmen. In Workshops für Jung und Alt geben die Seniorinnen zudem ihr Know-how weiter. Ein Teil der Erlöse geht an die Seniorinnen selbst, mit dem weitaus größeren Teil aber werden andere Aktivitäten des Elpida-Zentrums für Seniorinnen und Senioren finanziert. Und mit jedem verkauften Paar Socken wird auch die persönliche Geschichte der strickenden Großmutter mitverkauft. Zu hören und zu sehen als YouTube-Video. Musik 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 Vielen Dank.